Kinder kommen auf diese Welt und sind erst mal vollkommen hilflos. Sie können eigentlich nicht selbstständig überleben, sondern sie brauchen dafür Bindungspersonen, Erwachsene, die sich um sie kümmern, die dafür sorgen, dass sie Nahrung haben, dass sie warm haben, dass sie beschützt sind. Und um dieses Überleben zu sichern, hat die Natur das so eingerichtet, dass Säuglinge von Beginn an ein hohes Interesse bzw. eine hohe Verhaltensbereitschaft haben, sich an Erwachsene, sprich ihre Bindungspersonen zu binden und damit ihr Überleben zu sichern. Und innerhalb dieser Bindungsbeziehungen sind dann letzten Endes erst Entwicklungsschritte möglich. Kinder lernen in Beziehungen die Sprache kennen und sie lernen sprechen. Sie lernen letzten Endes fast alles, was sie für ihr Leben später brauchen durch Interaktionen und Bindungen und Beziehungen. Und deswegen ist das so zentral. Aber nicht nur die Kinder binden sich an ihre Eltern, sondern auch die Eltern binden sich an ihre Kinder und bieten damit dem Kind die Möglichkeit und den Raum, sich gut entwickeln zu können. Also eine sichere Bindung oder überhaupt ein Bindungsmuster ist wie so ein innerer Kompass oder ein Computerprogramm. So kann man sich das vorstellen, was unser ganzes Leben lang uns begleitet und unser Denken und Handeln steuert. Und dieses Computerprogramm, das wird quasi programmiert durch die Erfahrung, die der Säugling, das Kleinkind, das Kind mit seiner Umwelt und vor allen Dingen eben mit seinen Bindungspersonen macht. Und wenn es die Erfahrung macht, ich bin wichtig, ich bin beschützenswert, liebenswert, man erkennt meine Bedürfnisse und befriedigt die auch. Und ich kann mir Schutz und Nähe suchen, wenn ich die brauche, dann bildet sich im Laufe der ersten neun Lebensmonaten eines Kindes eine sichere Bindung, beziehungsweise ein sicheres Bindungsmuster heraus. Eigentlich wissen die allermeisten Eltern implizit ziemlich gut, was sie tun können. Und das ist auch das, was ich eben schon angedeutet habe. Es ist vor allen Dingen eben das Kind sehen, dem Kind Sicherheit, emotionale Wärme und Liebe geben, seine Bedürfnisse erkennen und dann auch befriedigen. Das heißt nicht, dass jeder Wunsch befriedigt werden muss. Also das heißt nicht, dass man das Kind, wenn es an der Kasse einen Schleckstängel haben möchte, sofort diesen kaufen muss, damit die Bindung nicht in Gefahr gerät. Aber es ist so eine Grundhaltung, das Kind einfach in seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen zu sehen und diese zu befriedigen. Also da muss man sagen, das stellt auf alle Fälle einen Risikofaktor für die kindliche Entwicklung dar, weil, wie eben schon erläutert, ist natürlich Bindung und Beziehung extrem prägend für das ganze Leben. Und Kinder brauchen diese sichere Basis und brauchen die Erfahrung mit erwachsenen Bindungspersonen. Wenn jetzt die Hauptbindungsperson des Kindes ausfällt, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass möglichst rasch jemand anders in diese Rolle schlüpfen kann. Deswegen wäre ideal, wenn das Kind von Anfang an ein größeres Netzwerk hat und mehrere Bindungspersonen hat, die dann sofort zur Verfügung stehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss halt relativ schnell gesorgt werden dafür, dass das Kind eine andere sichere Bindungsperson bekommt, an die Seite bekommt, mit der es dann die weiteren Schritte durchs Leben gehen kann. Also ideal wäre, wenn die Eltern weiterhin so viel Zeit, wie es ihnen möglich ist, im Rahmen ihrer Erkrankung mit dem Kind verbringen können, weil natürlich gemeinsam verbrachte Zeit die Bindung stärkt, die Beziehung stärkt. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass das Kind entweder die Mutter oder den Vater zum Beispiel regelmäßig besucht in der Klinik oder bei jüngeren Kindern. Und wenn das zur Verfügung steht, vielleicht sogar die Eltern gemeinsam mit dem Kind behandelt werden, weil die Elternschaft sollte eigentlich ein zentraler Therapieinhalt sein, weil natürlich auch das eine Ressource darstellt für viele Eltern. Und natürlich auch je nach Entwicklungsstand und Alter des Kindes mit dem Kind darüber reden, wie es einem geht und warum man vielleicht im Moment nicht so Mama oder Papa sein kann, wie man das eigentlich möchte und wie vielleicht das Kind auch das möchte oder der Jugendliche.